hallo zusammen da sind wir wieder in der schleiereule die die nacht bewacht hier in der mittleren ebene der unterirdischen halle das letzte mal noch durch den schach gekrabbelt es sieht was ist gekrabbelt ist gut ja bin ja vor dass du überhaupt auf einmal durchgekommen da wird es also auch noch kleine unterebene geben ich habe schauen ob ich hier irgendwo noch was vielleicht ganz oben links am ersten tor da könnte noch was sei das habe ich jetzt aber noch nicht auf dem schirm jetzt machen wir schon mal gucken wir das mal in die untere ebene der unterricht der unterirdischen halle und das im schacht rechts fast in der mitte doch könnte an was zum haus sein wenn das also wie gesagt kein fehler ist gut gespeichert hammer wie sieht aus gibt es irgendwas neues da länder haben wir keine hinweise brauchen wir nicht gut dann will ich sagen lella schau was du erreichen kannst wir haben auch halt nur tickt noch wir haben nichts dringend dabei das müssen wir ändern da wenig mit nichts will ich jetzt nicht sagen aber wenig speichere ich gleich noch mal halt oberer ist nicht gut mit lager ist es hatte ich rolle moll genau blut beflecktes tagebuch es war eine lange nacht doch ein ende ist in sicht ich erschauere erschaudere bei dem gedanken es selbst zu tun ich wusste dass ich eine wichtige rolle spielen würde dass es meine mission ist die göttin zu retten und der wahren gottheit zu helfen die nacht zu vertreiben der wahren gottheit ja bis jetzt unsere sache die wahren gottheit hat sich mir nicht in den wege stellen ober ne doktor der der landarzt aus meier hier was macht er hier warum steht er hier was wir reden moment ich habe getan wozu der professor damals nicht in der lage war manche mögen glauben dass ich sein erbe bin aber ich denke es ist noch viel einfacher ich bin der außerwilde der göttin ihre wiedergeburt steht kurz bevor ich bin nur noch einen schritt entfernt was auch immer ihr da tut hört auf wo ist die sie hätte diese wird aber kaum mitgenommen habe heller was tust du denn da nein wie kannst du es wagen dich der wahren gottheit zu widersetzen oh man oh hallo und konnte soll dass der was rot du scheiße was macht denn der gift ach ich hab nichts ich hab nichts aufs gift wow du sagst dich jetzt komme ich natürlich mit meinem gift dolch oder schwert oder was das einmal ist das ist auch blöd jetzt ja ich in den dreck da ist er wo der mich warum bildet der solchen doktor ich glaube das brauche ich jetzt momentan und sind will vater fernkommen da haben wir ja den bogen speilern das hier wird es nicht vergessen dann müssen wir jetzt noch mal mit dem reden oder haut er uns direkt in die neue würde ich nämlich kleider das ding nehmen so die vögel oder wie die wo ich so halte wo 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 geht doch aber oder wo 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 wir hätten was mit gift nehmen müsse weg hier wo 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 Da ist nicht gut ruf, Freunde. Spinnst du? Wenn der noch mal die Farbe hat, weiß ich auch nicht. Ich guck da mal den auch. Ich hab kein Ding mehr, wie heißen sie? Wir haben einfach noch mal sicherheitshalber so ein Ding, so. Mit einem Lebensball, gell, der Drecksack. Wow! Ich steh gar nichts mehr, Freunde. Ach, scheiße, ich hab das nicht mitgekriegt, dass der mir schon da einiges abgezogen hat, ja. Hopp, los laufen jetzt. Den machen wir alle fertig aus jetzt, da kenn ich nix. Da kenn ich jetzt nix. Neu mit, hopp, zacki. Die stechen ab. Wow, das haut aber drauf. Okay, wir müssen da bisschen aufpassen. What? Nicht vorm Stehbleiber. Wo holt denn der die ganze magische Kräfte her? Wow! Ich brauch keine Ausdauer, ja? Uiuiuiui, da muss ich was. Brauch was, was, irgendwas. Warte mal, wir mal gucken, was wir da... Ja, wir haben ja klar, ich müsste eigentlich... Das müssten wir eigentlich vorher machen, was ich da treiben. Waren sie mal bitte, mal gucken wir in die Ausrüstung, was wir da haben. Viel mit Gift, der Pizza, ja. Feuerresistenz brauche ich nicht. Feuerresistenz brauche ich jetzt nicht. Ja, da war bisher die Verteidigung. Eisresistenz. Nein. Aber was haben wir da? Das kann man nicht ausziehen, die Scheiße. Du kannst dich nicht bewegen. Neun, da 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 da. Gesundheit. Bisschenhaltung. Ja, Vegetarierende, Verteidigung, das bringt nichts, oder? Angriff plus, minus, was? Haltung. Mano, mano. Gesundheit. Also, Haltung plus. Kann man nicht mal das so? Wir haben gar nichts mit Giftabwehr. Doch du, was hat denn der? Ach so, die haben wir ja ausgerüstet. Haha. Dann losen wir. Wir schauen mal ja nichts. Ringe. Verteidigung. Der Donnerring zum Rollen. Blitzresistenz brauche ich nicht. Ähm. Wo ist denn der mit Gift? Da. Okay. Nur mal speichern. Speichern ist immer oben, Freundl. Ja. Nichts obere. So. Okay. Wir müssten eigentlich jetzt gewappnet sein. Hoffe ich. Wegtricke. Kommt schnell. Wow. Oh. Oh, da sollte man vielleicht auch mal bisschen hupfen. Äh. Von der soll. Und auf die Ausdauer abgeben. Mädchen. Und auf die Ausdauer abgeben. Mädchen. Oh. Hopp. Trink. Trink. Wow. Wow. Das zieht neu. Das zeigt doch her. öffne. Oh. Wo alle Dinge. Du musst den Funken aber greifen. Kapiert sie nicht Warte mal einen Moment Haben wir noch Energie oder was oder wie das ist Eieiei Eieiei Oh 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 Das ist eng Ach Scheiße Freunde Jetzt habe ich ein Beino gehabt Vielleicht sollte ich auf was anderes gehen wie auf Gift Die Wurfmesser der 6 der 6. Division Warte mal wie könnte ich das machen Aber die andere Waffe ist zu langsam da bin ich sicher Ja Wir gehen mal kurz in die Schmiede Ich könnte doch noch was anderes nehmen Also kein Thema Habe ich ja Ich habe ja Steine genug So Nicht dumm labern jetzt Gib zeig her Hopp Ja Schmieden Schließe die Tür Mache ich Teleportieren Eben 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 Schmieden Schauen wir aber nicht Schmieden Jetzt haben wir haben wir sind brandgefährlich Aber sagt der Trägische Herr Machen wir da mehr Schaden? Ich hab gar keine Acht. Er brennt ein bisschen. Brennt ein bisschen. Wow, das zeigt, das... Trinkt was. Wow, das zeigt, zieht aber ab, ja. Das kommt ja gar nicht noch mit Tränke auf. Ich fühle, ja. War die falsche Richtung. Aber Feuer bringt ein bisschen mehr. Wow, schnell weg! Lila! Ey, Laila! Laila, mach doch die... Mach die Hake raus! Tschüss! Trinkt was? Oh, Laila, alles schnell! leila weit war man schon mal wo das muss ich jetzt nicht mal ja das mache ich jetzt okay das muss ich halt irgendwie bisschen zerschneiden ich habe zu wenig gift genommen scheinbar aber ich habe ein bein und gehabt auch wenn der noch als wir die fahrt dann gut nach schöne gegen das sehe ich halte aber Oh, du Arschloch. Oh, da bin ich genau neu, Lüge. Das ist ein schlimmer Stargriff, finde ich. Oh, die falsche Richtung. Ne, genau, Lüge. Oh, du Scheiße. Er kaputt in der Flügel. Nein, unmöglich. Der Wille der Götting kann nicht von einem einfachen Sterblichen aufgehalten werden. Ein kleiner Stein kann keinen Ozean aufhalten. Du kannst ihre Rückkehr nicht aufhalten. Ja, ich will sie ja gar nicht aufhalten. Ne, oder? Jetzt will ich fahren. Percival's Schwert. Untere Ebene der unterirdischen Halle. Sind wir gerade reingefallen? Huhuhuhuhu. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich müsste speichern, Freunde. Wo ist mein Speicherplatz? Ohne Speicher. Was war denn das? Achso. Oh, ja, 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 ja. Hat er uns zugesetzt, ja? Warte mal, jetzt gehen wir mittleren. Im Riesenbaum das überschreibe ich. Ja, das macht jetzt nix. Boah, du Scheiße. Halt. So, Laila, komm, das schaffen wir mal. Ich würde sagen, ich mache echt mal einen Cut. So, Laila, komm, das ist ein Cut.